Hallo liebe Unlimited Users, viele YouTuber zeigen ja gerne mal ihr Auto, wie sie sich neue tolle Autos kaufen und ich dachte ein Auto hat jeder. Ich zeige euch einfach mal heute meinen Helikopter und nehme euch mit auf den Helikopterflug durch und über Berlin. Ist auch kein Clickbait, versprochen. Ihr werdet, ich werde es euch jetzt genau alles zeigen und ich hoffe, die Bilder und die Videos gefallen euch, die ich euch jetzt zeigen werde. Also jetzt nochmal ganz von Nahem, direkt zeige ich euch mal den Helikopter. Das ist er. Okay, natürlich. Ich werde jetzt schon starten müssen. Ein bisschen Abstand muss ich nicht befreit. Und wieder gelandet.